Tja, schwierig, 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 schwierig. Jetzt wird wahrscheinlich, werdet ihr zu Hause sitzen, wenn ihr euch hängt. Der Idiot, der sieht das nicht. Aber ja, genau, ich sehe das nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier weitermachen muss. Ist auch nicht durch. Und der verdammte Scheißvogel hilft mir auch nicht. Die Kugel ist da, aber kein Ort, wo ich sie anbringen könnte oder reinschieben könnte. Vielleicht muss ich die Kugel da oben reinschieben, wir schauen mal. Ich kann die ja kicken, ich habe nur leider den Shortcut vergessen, wie das ging. Ich muss gleich mal gucken. Ja, natürlich. Ging denn das? Ja, natürlich. Da oben leuchtet das blöde Symbol und ich habe es nicht gesehen. Ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Naja, egal, was passiert. Ja, jetzt stehe mir doch bitte nicht im Weg rum, mein lieber Freund. Jetzt muss ich die Kugel mal richtig schön in der Mitte platzieren. Aber ich sehe das nicht, finde ich. Ich kann euch nämlich jetzt auch sagen, warum mir das vorher nicht eingefallen ist oder aufgefallen ist. Ganz einfach, weil ich vergessen hatte, dass ich die Kugel auch stoßen kann. Und deswegen habe ich daran nicht gedacht, dass ich die auch da oben hätte reinstecken können. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen, sorgen wir ja ein bisschen für Rambazamba. Kann ich die auch eigentlich überrollen? Ich glaube nicht. Ja, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. War es das? Aber da vorne liegen Sensen. Kann ich die aufnehmen? Mist, ich muss da runter. Okay, machen wir erstmal... Nein, nein, nein. Ich möchte ja, genau. Nein, ja. Ja, gut, die hat gleichen Wert, aber hat auch noch Schockschaden. Also nehmen wir die natürlich. Äh, ja. Also los. Wohin also los? Dadurch? Nee. Ich weiß natürlich. Vielleicht potenziell. Ich werfe dich. Nein. Da war ich doch vorhin schon. Ich wollte sagen, ich weiß ja, wo es potenziell lang gehen könnte. Die Truhe da rechts weiß ich jetzt nicht. Die ist mir jetzt egal. Nehmen wir halt nur die hier mit. Man kann auch nicht immer alles mitnehmen, was auf dem Weg liegt. Ja, können wir direkt ausrüsten. Direkt neue Schüchen für Papa. So. Komm, jetzt hier aber drauf da. Ja, jetzt können wir hier durch. In einer wuchtigen Explosion. So, jetzt ist die Frage. Da vorne geht's lang. Ist hier irgendwo was? Nein, hier vorne ist nichts. Mal gucken, ob wir hier vorne durch müssen. Bei welchem Versuch? Und ab dafür. Jetzt gehen wir hier mal schön hoch. Rechts sind wieder witzige... Hier ist wieder mit so einem Haken Ding. Ich verstehe das nicht. Oh. Uiuiui. Uiuiuiui. Uiuiui. Da bin ich aus dem Bild verschwunden. Ach, mein Geliebter, ja. Mein Geliebter Walljump mit Doppelsprung. Nein. Nein. Nicht genug Zorgen gefällt mir nicht. Verdammt. Wah. Uiuiui. 1500er-Kritzeln. Einfach nur geil. Der Arsch. Ach, nee. Nicht die Dinger. Nee, 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 nee. Komm. Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Weil man weicht da aus und trotzdem ist mir das einfach alles egal. Okay. Die Typen sind einfach so nervig. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse die. Vor allem, boah, bekomme ich irgendwie nie das Ausweichen bei denen. Das ist echt problematisch. Und bei denen verliere ich immer so unglaublich viel Leben. Das ist so krass. So, jetzt haben wir einen Skelettschlüssel bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ja, danke. Okay, ich weiß. Jetzt können wir einfach runterspringen, Schatz, jetzt einfach mal. Habe ich richtig geschätzt. Hooray. So. Ich glaube, unseren freundlichen Kumpel da vorne brauchen wir erstmal nicht mehr. Zur Not können wir den immer noch wiederholen. Wir wissen ja, wo der abhängt. Und weiter geht's. Eine Wendeltreppe. Ist doch bestimmt super für unseren kleinen Bub hier vorne. Aber haben sie zumindest breit genug gebaut, dass er da hochkommt. Da ist wieder so ein cooler Typ. Ich weiß nicht, wie die heißen. Sehen aus wie Zwerge, aber sind irgendwas anderes. Tja, da geht's durch. Müssen wir mal gucken. Da sind wieder diese Haken-Dinger. Ja, das ist unglaublich. Ich weiß. Ja, das war eine coole Attacke, die auch immer ich die gerade gemacht habe. Ich finde es etwas schwierig bei den Attacken vom Tod. Dass halt natürlich alle mit X ausgeführt werden und sich nur darin unterscheiden, an welcher Stelle man Pause drückt. Das ist gerade, also zumindest für mich, ja, in der Hitze des Gefechts etwas schwierig. Das ist jetzt kein Kritikpunkt. Ich meine das, ich will das einfach nur mal anmerken. Weil, ob ich jetzt beim dritten Mal Pause drücke oder beim vierten Mal X danach Pause drücke, das ist dann doch ein bisschen schwieriger für mich. Dementsprechend ist es manchmal mehr oder minder random. Todesgriff. Achso. Ja. Ja. Habe ich gerade noch drüber geredet. Ja. Sehr schön. Ups. Nee. Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Verdammt. Ich will was anderes ausprobieren. Ich möchte mal gerne wissen, wie ich das wechsle. Erlösung. Achso, muss ich das mal nur echt? Oh, das ist ja blöd. Ich könnte mir natürlich auch einen Kurzbefehl zuweisen, aber... Das klappt bestimmt auch ein paar Gegnern. Kann ich mir vorstellen. Haben wir jetzt einen so ein Herz? Ich schätze ja, ne? Ach, da oben ist so ein... Ding, aber... Ha, 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 geile Sache. Nehme ich gerne mit. Äh, ziehe ich nicht an. Jetzt sind natürlich so ein paar, paar komische Haken unten noch übrig. Auch allein schon. Ich weiß schon, zu welchem Haken ich als allererstes gehen werde. Okay. Okay, ja, okay. Wohin soll ich dir folgen? Eieiei, das sind ja Gegner. Ja, das klappt tatsächlich, geile Sache. Dann werde ich den komischen Haken jetzt immer ergriffen haben. Außer es geht um Frostkämpfe, beziehungsweise um Stellen, wo diese schönen Wespen kommen. Okay, ich folge dir, wo auch immer du gerade langläufst. Ich wollte zwar gerne woanders hin, aber ja, dann folge ich dir halt erstmal. Alter, der legt dir ein richtiges Tempo vor. Nettes Teamwork. So, jetzt nehmen wir natürlich hier den... Komm, jetzt aber... Jetzt natürlich die Frage... Achso, ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt ist die Frage, worauf wir das werfen müssen, aber... Ist ja recht simpel. Ja, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier irgendwo. Schade, das funktioniert nicht. Äh, achso. Wenn man, ich finde immer, wenn man in so Spielen so ein neues Feature bekommt, dann ist es immer so automatisch so, oh, oh, jetzt muss man bestimmt alles, was danach kommt, mit diesem Feature benutzen, weil das bestimmt so gedacht ist. Aber dann ist es dann eigentlich gar nicht so. Also zumindest nicht immer. Da oben ist natürlich wieder so ein witziger Haken. Indem wir natürlich so nicht drankommen. Kann ich hier... Ah, ja. Okay. Okay.